Wir sind schon da, Leute. Nicht deinen Garten. Ich bin nur gespannt, über den Garten zu denken. Schau schon, wie episch. Uhrgeil. Boah, die schauen aber gut aus, die Wächter. Das ist nicht mal was anderes. Du bist der einzige, der bereitgestellt wird. Und es gibt keine unregelte Angelegenheiten in Ganesh-Harros. Also ich werde wieder fragen. Sind du Alfin und seine Kampagnen? Wir sind. Dann pass. Lord Voron erwartet dich in Castle del Forest. Wir sind der stärksten. Von den Soldaten her. Würde ich jetzt einmal behaupten. Weil wir haben jetzt auch rot, haben wir auch schon gehabt. Dann haben wir die mit dem Schüdel, also in weiß. Und die normalen in weiß. Dann haben wir die Pistolen in weiß gehabt. Dann haben wir die Violetten. Und die Violetten werden sicher, das ist noch ein Plus Ultra sein. Das wird wahrscheinlich die Elite sein. Und ja, das ist ja sowieso alles erwähnt worden. Streng geheim, dies, das jenes. Da kann ich mir auch in dem Fall relativ sehr, sehr viel vorstellen. Dass sie sogar eigene Techniken und alles drum und dran haben. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch gemacht. Bin wirklich begeistert von dem Ort. Ohne Spaß, da bin ich wirklich begeistert. Bist du teppert? Find das so sexy, so sexy. Erinnert mich trotzdem noch immer so dermaßen stark an Final Fantasy 15. Aber mir taunt das so sehr. Mir taunt das so sehr, dieses Gebiet. Es hat schon von Weitem so gut ausgeschaut. Ich finde es irgendwie so richtig befriedigend irgendwie auch. Fünfte Lort. Das alles. So ein schöner Ort. Befriedigt schon, wenn wir den irgendwann mal in Hand drauf haben. Ja. 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 Und der Fall. Was haben die im Gesicht? Eine Masken? Boah, so geht's nicht die Opfer und sich. Sie waren Dannins, oder? Das war nicht normal. Warte, du denkst nicht, es könnte die Frucht von Helgen sein, oder? Nein, sie seien zu dazide. Was ist als Dach gehabt, dass die Opfer sich sogar noch für irgendwas kommen? Nein, und ich bin ziemlich sicher, dass ich es nicht sagen kann, warum. Es ist nicht so, aber was? Ah, vielleicht kriegen's wenigstens diesmal Gehirnwäsche, das wär's. Uh, jetzt kommt's. So, any ideas what the deal was with that boatload of weirdos? Your guess is as good as mine. They looked like Dannins slaves, but beyond that... Genau, genau, würde mich vorher interessieren. This city is grander and more beautiful than any other we've been to, yet... I know what you mean. From the architecture right down to the people? Something feels off somehow. I've long maintained one can glean a lot about a ruler from their city. Considering how unsettling this place is, I'd say I wasn't far away. Despite its surface layer of majesty walking around inside, it feels more like a hollowed out ruin. I say we follow after that boat. If we're lucky, they might be in the mood to give us some answers. Use the channel to take your wings. Have you seen the leaves there? I need to feel a lot of assistance. Finally, somebody where you got stuck. I should know though I'm going to focus on that boat. I'm going to focus on that boat, so we can see. This place gives me the creeps. What, 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 what? Fixed, I'm building it just, fixe. Fixed, I'm building it. But, it's got so, I'm going to focus on that boat. I'm going to focus on that boat. Hey, there's a few lots. I'm going to focus on that boat. Hey, there will be a bit of a boat boat. Hey, there's a boat. It's got so. Ich bin so begeistert von dem Mord, du weißt nicht, ich bin einfach so dermaßen begeistert. Es hat sich vorher einfach so angehört, wie wir von uns haben müssen, du weißt nicht, das war eine ganz kurze Sequenz in dem Fall, aber es hat sich vorher dann auch angehört, aber volle Wäsch. Wir kommen eh schon näher, wir kommen eh schon näher, zu sein Schloss. Nein, ich bin gespannt, ob wir überhaupt mit denen reden können. Das wäre aber geil, wenn wir so eine richtige fette Gehirnwäsche gekriegt haben. Und er dann kommt so, ihr werdet auch sehenden oder sonst was. Boah, boah. Keinen einzelnen, nicht einmal ein Wächter, nicht einmal ein Wächter, niemand, nichts, einfach alles leer. Ja. Hat es nicht geheißen, wir gehen zum Booter und nicht direkt zum Schifferl, aber noch gut passt. Die machen sicher gleich auf. Was? Was ist denn diese Zeit? Was? Was? Was ist denn diese Zeit? Ich habe es nicht. Wie ich es gesagt habe. Die werden geopfert. Ich hab's ja gesagt, ich hab's ja gesagt, die werden geopfert. Die haben fix Gehirnwäsche gekriegt, die haben fix Gehirnwäsche gekriegt. Alles in Geheimhaltung dieses jenes. Wer weiß, was der nicht noch OSK. Sicher, geh mal ruhig rein, geh mal ruhig rein und geh'n sterben. Gehirnwäsche? Es ist alles eine Demonstration, die wir ermöglicht haben, um uns zu zeigen, nein, um Alphen, nur was er kann. Schöne zu hören. Schöne zu hören. Es ist alles, nur um mich an zu kommen. Du hörst mich, Voron? Antwort mir! Alphen, das ist nicht deine Schuld. Gehirnwäsche! Geh das nicht an ihm! Und dann ist halt Darko dazugekommen, und dann haben wir die ganzen Treiber dazugekommen, und dann hab ich was anderes gemacht. Gehirnwäsche! Gehirnwäsche! Dann haben wir gleich so einen Marathon gestartet. Da haben wir gleich geschaut, gehabt so schnell wie möglich, dass wir das durchspielen können gemeinsam. Und dann, wenn er in dieser scheiß verfickten Luftblase ist, wie er so extra so Geräusche macht. Und du musst jedes mal mit nem Scheiß-Controller hin und her wackeln. Fang mich ein, fang mich ein wieder. Aber ganz schnell, jetzt bist du auch gleich hier. Gerade bei so einem Postkampf, Alter. Der Andere ist hier, wackelt, wackelt, wackelt. Kommt rein, stirbt. Super. Für das Wackeln war es zu faul, oder was? Das sind schon wieder die ganzen Leichen. Was? Super. Kannst du baden, geht's schießt danach, ne? Sicher wie in einer Therme da drin. Sicher nicht schlecht. Sicher gut für die Haut. Hupfen mal eine. Hupfen mal eine. Sicher gut für die Haut. Safe. Safe. Besteppert bei beiden Seiten, oder was? Besteppert. Es müssen hunderte, tausende von denen sein. Still. Wenn es nicht die Frucke von Helgen ist, dann wie denkst du, Vol'ron geht um sie zu kontrollieren? Sie sahen nicht wie tief, oder? Sie sahen nicht wie tief. Sie sahen nicht wie ein Hunderttausend. Sie sahen nicht wie tief. Es könnte etwas anderes sein. Wie ein Potion, vielleicht. Aber ehrlich gesagt, ich wundere. Aber das würde sagen, dass sie von Vol'ron folgen aus der Wahl? Aber warum? Nein. Alter, wo er recht hat, er hat er recht. Bistappert. Bistappert. Starkes Gespräch. Sehr, sehr starkes Gespräch. Taukt mir. Taukt mir volle Wäsch. Sehr stark. Führung, Störzung oder various other methods. The outcome is the same. Fear. No wonder there's no remaining signs of a resistance force in this place. Nein, finde ich wirklich nicht schlecht. Finde ich wirklich nicht schlecht. Taukt mir. Da unten auch noch. Bist du de... Ich hätte mir nur gedacht, dass kleine Becken da, aber das alles auch noch, oder? Es sind aber Millionen, oder? Es müssten ja Millionen sein. Die ist fix auch schon manipuliert worden. Shion! Warte! Something ist nicht richtig. So geht's nicht, wir müssen gegen sie kämpfen. Nack, ihr Schleite! Nack! Nack! Aber nett, das gehört. Kann man schnell ausziehen, was? Was sagt der, Uweide? Was? Ob ich das jetzt richtig gehört? Please, help me. Ach, du Scheiße. Die ist voll wach auf Drohnen, Alter. Bist du eh, but... Oulter! Oulter! Scheiß fucking Dornen, Alter! Sauna ist! Bist du haltet ihr, Alter, das die ganze Zeit noch nicht machen können? Ja, ja, so... So, 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 so. Aber, Alter! Wieso hat die, Alter, das nicht schon vorher können? Ich hab, ich hab... Ich hab 20 Stunden schon mit derer Deporte herum geschissen gehabt. Und die kann das erst jetzt. Die Deporte, die mag das erst jetzt. Oder weißt, wie der, was denn das geholfen hat gegen einen Vierten, Alter, oder was auch immer? Oder gegen einen Zweiten, Alter? Die Deporte, das nehme ich aber jetzt schon besser. Das nehme ich ja jetzt besser. So scheißen gehen die, Alter. Die ist sicher nimmer im Team. Nur scheißen gehen. Wir sind nimmer fix im Team. Alter, wie viele Dornen kann die nachrufen, bis du teppert? Oh, immerhin. Es ist wenigstens ein bissel ausgegangen. Immerhin, immerhin. Ich, weißt du, was mich wundert? Dass sie nicht mitkämpft. So, nur die Dornen. Oh, also gar kein Mann, die sterben. Immerhin, 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 immerhin. Wenn das weitergeht, dann... Bitte, warte, Sie haben... Ich würde definitiv etwas sagen, Sie hat das erwachen. Ich bin allein. Ich bin allein. Ich bin allein. Ich bin komplett allein. Du bist falsch. Elvin! Sie denkt, wir haben sie allein. Sie können uns sehen oder hören. Sie können uns sehen. All of this... Es ist wegen dem, dass ich dich entfernt habe. Es ist wegen dem, dass ich dich nicht behalten kann. Sieh, Sieh. Hohoho, auf ganz Mutig jetzt. Und so bin ich. Glaub mir, was ich sage, dass du nicht allein bist. Sieh, bitte, nicht auf uns. Wir werden uns zusammen mitbeben. Ich versuche es. Sieh. 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 Ich muss immer die schönen Momente ruinieren. Sieh. 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 Man kann aber wenigstens auch so ein Paket kaufen, aber ich finde, es ist mir nicht wirklich so ab und zu wert, so ein Zehn, ein Jahr, aber da habe ich dann auch wieder nicht alles dabei, das tut mir dann schon auch wieder ein bisschen weh. Wäre geil, wenn ich vielleicht jedes Kostüm extra kaufen könnte und ich würde halt nur 1 Euro oder 1,50 zahlen, das wäre es mir schon wert, aber gleich 10 Euro und dann wieder 5 Euro, dann wieder 5 Euro, dann bin ich wieder auf 20 oder auf 30, sogar nur wegen den Kostümen, das würde Neid werden, na, das taugt mir der Neid. Aber warum? Was hat Vol'Rund speziell gegen Alphen? Ist es, weil er die Danon-Rebellion führt? Possibly, aber versuchen es zu sehen, von Vol'Rund. Er würde alles tun, um den Kostümen zu gewinnen, richtig? Wissen, dass der wahr Sovereign schon irgendwo existiert ist, ist es bereit, sich seine Feuern zu rücheln. Haben deine Reise geschlossen, Alphen? Nur wenn ich mit euch zusammen bin. Wer weiß, ob nicht doch irgendwas passiert ist in den Zeiten, wo er es nicht weiß. Ob er nicht doch vielleicht irgendwas noch dazwischen war, weißt du, was ich meine? Vielleicht weiß ich ja nicht alles zu 100% von seiner Vergangenheit. Er weiß nur, er hat die Masken aufgekriegt und er war schon schwarz und dann sind sie 300 Jahre später gewesen. Nur auf dem Skifahrer, ja natürlich. Ich habe gesehen, dass Alphen zurückgebracht hat, als er mich hat. Das hat mich zurückgebracht. Der Angst in den Augen der Menschen, wenn sie sich um mich befinden. Und das nächste Mal wusste ich... Die Schmerz war in mir. Es hat mich verletzt. Ich... Ich konnte nichts mehr sehen. Ich war ganz alleine. Xion. Du bist okay jetzt. Du bist sicher, Xion. Wir sind hier mit dir. Du bist noch nicht alleine. Danke. Was ich jetzt auch noch so richtig geil finde an das Gespräch. Du merkst halt so richtig jetzt ist der Alphen wieder back. Es ist nicht wieder dieses kurze Trauerspielchen oder sonst irgendwas. Oder er ist... Er ist endlich wieder so wie vorher. Er ist wieder mit sich im Reihen. Das finde ich so gut. Das finde ich so gut. Du merkst so stark gerade gleich den Unterschied. Wie würde uns eine fette Last... Verfallen? Das finde ich so schön für ihm. Ich bin gespannt auf die Violetten. Ich bin definitiv gespannt wie stark die sind. Das Michael ist sogar relativ wundert. Wollen sie nicht einfach sagen... Ja, geht's mir rauf. Sobald sie sich um dich zu halten. Oh, well. Der Royal Welcome war sehr schön, während es dauerte. Zeit um unsere Fäste zu verletzen, hm? Na dann, let's go. Gegen die Violetten. Das erste Mal, ich bin gespannt. Scheiße, ich hätte es austauschen müssen. Aber sowas wollen. Ich hätte unbedingt austauschen müssen. Shione muss wieder ins Team. Und Renvald muss weg. Auf dem ersten Blick, oder? Nehmen die überhaupt Schaden? Nehmen die überhaupt Schaden? Alter, gefühlt. Gefühlt geht der nicht mehr, okay? Irgendwie war es nicht. Ich bin begeistert von den Violetten. Die halten was aus. Die halten was aus. Das geht aus. Das geht aus. Da haben wir wenigstens mal ein wenig. Ich bin begeistert. Hehehe. Sehr gut. Der ist noch immer in der Luft, Ome. Oho. Immerhin, immerhin. Die haben so eine Dreier-Vierer-Fasne. Eine Vierer-Fasne haben sie sogar. Das war jetzt nichts dagegen. Das war jetzt nichts dagegen. Aber die haben so eine Dreier-Vierer-Fasne. Dreier-Kombination. Das ist so ein Mix-Speak, glaube ich, zu fahren. Ein Pustodemper, der hat ja noch alles, Alter. Pustodemper. Was hat der die ganze Zeit trieben, Alter? Hat der die ganze Zeit nur zugeschaut, wie seine Havre-Handrat worden sind, oder wie? Und? Wieso hat sie nichts gemacht? Wieso eigentlich? Achso. Ich denke mir gerade so, du fragst, ob ich heute schon ein Bier dumm habe. Ähm. Bier? Eigentlich ist es sogar urschwer zu sagen. Ich kriege Bier, aber ich kriege das ja allererste Mal mit 17 getrunken, aber Alkohol schon mit 15. Die gehören zu, Alter, verliere. Aber ich bin ja ein Radler-Trinker. Muss ich auch dazu sagen. Ich trinke ein Bier. Ich bin nicht so erzogen worden. Ich bin, ich bin, ich bin nicht so... Meine Mutter ist halt... Sie trinkt zwar auch Alkohol, aber... Das war halt für sie halt immer so... Das war halt für sie halt immer so... Was soll ich am besten sagen? Wieso ist es jetzt am besten sagen? Das war ein Kastel für eine Kastel-Kartel-Kartel-Kartel. Sie haben wirklich nicht mehr Kasteln. Sie sind sicherlich mit uns. Und zwar, ich würde sagen, das Kastel ist noch mehr reflektiv von seiner Kastel-Kartel-Kartel. In welchem Weg? Es fühlt sich überbehrend, tyrannisch, aber mehr als alles schuldig, als ob eine Prätenz, die die Leben zu leben, in favoriert wurde, um ein Messer zu senden. Eine von Dominanz und eine Zürde für totalen Macht. In anderen Worten, das perfekte Dumpseil für unsere power-crazed-Foen. Oder du wirst einfach nur die Codes her. Du wirst das sicher weg, dann wirst du wieder auf die Schoß kommen, wirst. Wasi. Na, da muss ich sagen, äh, meine Mama.